So meine Freunde und damit herzlich willkommen. Wir schauen uns den Fortnite Shop an und heute gibt es auf meinen Nacken 300 V-Bucks. Vielen Dank, rettet die Welt. Nimm ich doch gerne. Wenn ihr euch auch mal überlegt habt, das Spiel zu holen, es lohnt sich. Es ist an sich nicht das geilste Game der Welt, aber ihr kriegt jedes Jahr umgerechnet 100 Euro V-Bucks. Und dafür kann man die 35 Euro mal ausgeben. Überlegt mal, das waren jetzt diese Woche knapp 5 Euro V-Bucks. Hey, ich hab nen Banner vorgeschaut. Geil. Dann gehe ich jetzt schnell duschen, bevor die anderen duschen. Ja, mach das. Nur damit ihr wisst, was los ist. Bei uns ist keine Ahnung. Irgendwie ist ne Leitung kaputt und in manchen Stellen der Wohnung gibt es keinen Strom mehr. Das heißt, ich kann nicht... Das heißt, ich konnte mir keinen Toast machen. Andern kann vielleicht nicht mehr warm duschen. Das ist der Vorteil, wenn man im... ...5-Wum-Maus duscht, dann ist man auf jeden Fall der Erste und kriegt noch warmes Wasser. Ja, auf jeden Fall fängt der Tag schon beschissen an. Boah, Bruder. Ist die geil. Die ist krass. Die würde so gut zu meinen Outfits passen. Aber ich kann nicht 12 Euro für den Spitzhack ausgeben, Alter. Leute, was soll ich euch sagen? Bruder, ich hab bei so nem ähnlichen mega geil. So, wie es sich aus dem Badezimmer anhört, hat einer kein warmes Wasser mehr. Hast kein warmes Wasser? Das ist ne geile Tarte. Oh, die ist wirklich... Oh, Alter. Heute sind echt nette Sachen, aber ja. Ich muss sagen, ich würde die Spitzhacke unnormal geil. Aber ich kann nicht 12 Euro für ne Spitzhacke ausgeben. Das geht nicht. Ihr Lieben, vielen Dank für unser Boot. Ich hoffe, euer Tag wird besser als meiner. Haut raus, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.